Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du wissen möchtest, wie du diesen super süßen Hundepulli häkeln kannst, dann bleib jetzt dran. Alles, was du dazu brauchst, ist wie immer Wolle. Ich habe hier Wollrestbestände noch gehabt aus 100% Polyacryl und eine Häkelnadel in der Stärke 4 mm und natürlich eine Schere. Und dann kann es auch direkt schon losgehen. Dieser Hundepulli ist in einer Größe XS gehäkelt und alle weiteren Angaben für die Maße findest du unten in der Infobox. Wir beginnen mit einem Fadenknoten und 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und wir häkeln in die erste Masche von der Häkelnadel ausgesehen, unsere erste Luftmasche. Dazu einfach einstechen, Faden holen, noch einmal den Faden holen und durch die zwei Schlingen auf der Nadel. Und wir häkeln nun diese ganze Luftmaschenkette zurück in festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir häkeln eine Luftmasche auf, wenden unsere Arbeit und gehen nun nicht in die Mitte der Masche hinein, so wie hier, sondern drehen uns die Arbeit zu uns mit der oberen Seite, sodass wir hier dieses V sehen. Hier haben wir ein V, eine Reihe mit Vs und in dieses V stechen wir nun ein und häkeln so nur noch ins hintere Maschenglied unsere nächste Reihe in festen Maschen. Einstechen, Faden holen, durchziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir häkeln eine Luftmasche auf, wenden die Arbeit, gehen wieder ins hintere Maschenglied hinein, holen unseren Faden, ziehen ihn durch und häkeln unsere nächste Reihe in festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und so sieht das Ganze jetzt aus und wir häkeln so weiter, bis wir die Reihe 28 erreicht haben und dann sehen wir uns auch wieder. Und dann zeige ich euch, wie es weiter geht. Bis gleich. Jeweils eine Luftmasche auf, Arbeit wenden in das hintere Maschenglied hinein. Achtet darauf, dass ihr eure 7 Maschen behaltet, dass es nicht mehr werden und auch nicht weniger als 7 feste Maschen, bis wir die Runde oder Reihe 28 erreicht haben. Nachdem wir nun die 28 Reihen in festen Maschen gehäkelt haben, verbinden wir nun unsere beiden Enden des Pullianfanges und häkeln es zusammen. Dazu stechen wir einfach in die gegenüberliegende Seite hinein, ganz einfach Masche für Masche und ziehen eine feste Masche durch. Und in die nächste Masche vorne einstechen, auf die gegenüberliegende Seite und den Faden holen und durchziehen. Dazu verhäkeln wir gleichzeitig hier unser Fadenende, das wir noch vom Anfang der Luftmaschenkette haben. Um es genau zu zeigen, wir gehen einmal hier in die erste Masche hinein, gehen auf der gegenüberliegenden Seite in die Masche hinein, holen uns den Faden, ziehen den Faden durch. Holen den Faden und ziehen ihn durch beide Schlingen auf der Nadel. So, haben wir jetzt unseren Kragen für unseren Hundepulli schon fertig. Wir stülpen die Arbeit um und haben jetzt hier schon mal dieses Ergebnis. Nachdem wir nun jetzt den Kragen hier schon mal fertiggestellt haben, häkeln wir nun eine ganze Runde in festen Maschen. Dann können wir hier noch diesen Endfaden nehmen und den mit einhäkeln. Masche für Masche, keine Masche überspringen. Wir beenden auch diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Häkeln zwei Maschen auf und häkeln eine ganze Runde in das äußere Maschenglied in halben Stäbchen. Dazu Faden holen, in das äußere hintere Maschenglied einstechen, Faden holen, drei Schlingen auf der Nadel, noch einmal Faden holen und durch alle drei Schlingen auf der Nadel ziehen. Faden holen, in das äußere Maschenglied und durch die zwei Schlingen auf der Nadel oder drei Schlingen auf der Nadel. Das sind ja jetzt drei. Eins, zwei, drei, durchziehen. Das bis zum Ende der Runde und dann sehen wir uns ja auch gleich wieder. Wir schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Häkeln zwei Luftmaschen auf, gehen in die darauf folgende Masche und häkeln dort ein halbes Stäbchen ein. Gehen in die nächste Masche und häkeln dort auch ein halbes Stäbchen ein. Und haben nun insgesamt mit den zwei Luftmaschen am Anfang eins, zwei, drei Maschen gehäkelt, gehen in die vierte Masche und häkeln dort zwei halbe Stäbchen ein. So häkeln wir nun unsere Zunahmerunde. Wir häkeln jede vierte Masche mit zwei halben Stäbchen und jede andere Masche mit einem halben Stäbchen. Wir haben insgesamt sieben Zunahmemaschen in dieser Runde gehäkelt dann. Zwei, drei und die zweite Zunahme. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei, drei und die dritte Zunahme. Eins, zwei, drei, vierte Zunahme. Eins, zwei, drei und die dritte Zunahme. Eins, zwei, drei und die dritte Zunahme. Und eins, zwei, drei und die dritte Zunahme. Häkeln noch eins, zwei und drei Maschen bis zum Ende der Runde und schließen dort mit einer Kettmasche ab. Wir sind nun fertig mit unserer Zunahmerunde und beginnen jetzt mit den Pfotenausschnitten. Dazu zwei Luftmaschen aufhekeln, in die nächste Masche ein halbes Stäbchen häkeln, in die drauf folgende Masche das nächste halbe Stäbchen häkeln und noch ein halbes Stäbchen häkeln, sodass wir insgesamt eins, zwei, drei, vier Maschen mit halben Stäbchen behäkelt haben. Die ersten zwei Luftmaschen zählen wir dazu natürlich als halbes Stäbchen mit. Wir häkeln nun sieben Luftmaschen auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Überspringen die nächsten sieben Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Und in diese siebte Masche stechen wir jetzt ein, holen uns den Faden durch und häkeln dort ein halbes Stäbchen ein. So haben wir unseren ersten Pfotenausschnitt fertig gehäkelt. Wir häkeln eine Luftmasche auf, häkeln die nächsten sieben Maschen in halben Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Wir häkeln sieben Luftmaschen auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Wir überspringen wieder die nächsten sieben Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Gehen in die siebte Masche hinein, wieder mit einem halben Stäbchen. Und haben so unseren zweiten Pfotenausschnitt gehäkelt. Die restlichen Maschen häkeln wir ganz normal in unserem halben Stäbchen ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf und zwölf. Wir schließen auch hier wieder das Ganze mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Wir häkeln nun eine Runde in halben Stäbchen. Drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Drei, vier, fünf, sechs. Wenn du hier in die sechste nicht reinkommst, kannst du gerne um die sechste herum häkeln. Und sieben. Und sieben. Und sieben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 angekommen, häkeln wir eine Luftmasche auf, wenden die Arbeit und häkeln weiter in festen Maschen. So, ich habe eine Luftmasche auf, wenden die Luftmasche auf. Wir häkeln eine Luftmasche auf, wenden die Arbeit und häkeln nun eine Reihe in halben Stäbchen. So häkeln wir nun im Wechsel eine Reihe in halben Stäbchen, eine Reihe in festen Maschen, bis wir die Reihe 20 erreicht haben und sehen uns dann auch wieder. Bis gleich. Nicht vergessen in jeder Reihe eine Luftmasche aufzuhäkeln. Wir haben jetzt unsere 20. Reihe erreicht und können hier unsere Arbeit jetzt beenden. So, wir trennen unseren Faden ab, entfernen unsere Markierungshäkchen oder Markierungsfädchen. Vernähen unsere Fäden oder verhäkeln sie. Ich häkel das ja lieber ein, einfach weil es schneller geht für mich und bei diesen Projekten absolut reicht. Und fertig ist unser Hundepullover für Welpen und Mini-Hunde in der Größe XS. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, so wird es langsam Zeit, das zu tun, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.